Happy Birthday to you! Herzlichen Glückwunsch an alle Leute, die heute Geburtstag haben und herzlich Willkommen bei Red Dog Gamble. Heute ist Mittwoch, ich spiele Mech Arena und ich muss sofort loslegen, denn ich muss gleich schon wieder los zur Arbeit. Wir spielen Wettbewerb. Viel Spaß! Ok, und nochmal die erste Runde zum dritten Mal heute. Irgendwie, ich weiß nicht, mein Rechner macht es nicht mehr lange. Der stürzte mal ab. Der stürzte mal ab und... Ja, da ist er. Es ist Blut. Der stürzte mal ab. Ich bin gestand. Amvisiert. Und rauslaufen und schießen. Hm. Da, da. Amvisiert und schießen. Ach, das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht. Komm, ich darf nicht mal runter. Wie geht's mit dem? Ja, das geht's. Wie geht's mit dem? Wie geht's mit dem? Ach, das geht's mir. Oh, das geht's. Oh, wauw shit. Oh, die Jetsa. Wird das ein Sieg oder wird das kein Sieg? Oh, da war ja noch einer hinter. So ein Mist. Hallo, ich bin hier. Das will ich nicht übernehmen. Schieb. Kein Problem. Wir sind noch gut im Rennen. Zweiter Platz. Oder erster. Je nachdem. Gut, erste Runde geschafft. Ich hoffe, Sound-Lautstärke geht so. Ich glaube, ich müsste noch ein bisschen niedriger stellen. Aber, wenn was ist, werdet ihr euch? Werdet ihr hier was sagen? Bestimmt. Denk ich mal. Hey, ich habe mehr Punkte. Ach, er hat noch einen Kill gehabt am Ende. Diese Sau. Gut, weiter jetzt. Zweite Runde. Zweite Runde geht los. Let's go. Ich habe doch keine Zeit. Ich muss gleich los. Dann muss ich noch ein Video bearbeiten. Alter, das gibt es doch nicht. Ich bin hier. Die Runde wird nicht gut. Gut, ein Kill. Oh ne, Mr. Beer, Mac Beer oder wie auch immer. Das kann doch nicht wahr sein. Ärgerlich. Heute morgen richtig schöne Runden gehabt. So, jetzt aber. Da hat man mal solche Wunder. Gar nichts, ja. Schon wieder Kriegel klaut. Endlich, zweiter Kill. Noch eine Minute zu spielen. Das wird schwierig. Das zu gewinnen wird schwierig. Ja, jetzt geht's los. Ich weiß. Ob ich das da auffüllen kann? Boah. Da ist einer. Warte, 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 warte. Fliegen. Okay, fünf Kills. Oh, dritter Platz. Ich hab's doch noch geschafft, dass ich trotzdem gewonnen habe. Das war nicht als erster, aber ich habe gewonnen. Das war aber ein Kampf gerade. Spannend. Gut, dann sag ich mal, let's go. Dritte Runde. Ja, 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 ja. Okay. Guck, dritte Runde. Die dritte Runde geht los. Und jetzt müssen wir mal eine wirklich schöne Runde spielen. Wir nehmen die Nier, Paragon. Oh, dann sind wir geschossen nochmal. Also, die schöne Runde startet schon mal nicht. So, dann gehen wir jetzt wieder oben hin. Und Snipern halt nur. Macht's wenig Schaden. Oder er hält zu viel aus. Ja, ein Kill. Nee. Ah, ah. Ah, ha! Ah! Hat die KI mich getroffen. Ich war doch grad schon mal hier. In der Runde davor. Nein! Von allen Seiten. Und so viele Leute laufen. Auf wen schießen sie auf mich? Gibt's doch nicht. Hat er mich trotzdem down gekriegt? Nein, ein Schuss fällt mir nur noch. tiered kill nein Die Runde habe ich verloren. Ah, ich habe doch auch viel. Hätte ich den eingehackt, hätte ich den Kildermärz. So ärgerlich kann das manchmal sein. So ärgerlich. Na gut, dann würde ich mal sagen, das war's für heute. Ich sage, eine Minute, müssen wir warten. Da geht der Platz. Hätte ich da einen Kilo gekriegt, wäre ich fünfter. Gut, dann sage ich, danke schön fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr euch dabei seid. Bis dann, mit euch viel Spaß und auf Wiedersehen. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao.